Hallo und willkommen zum MOOC Lernen und Lernen mit digitalen Medien 2. Einige von Ihnen kennen uns ja vielleicht schon als Teil 1 dieses MOOCs, der sich zum Ziel gesetzt hat, Ihnen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien in Unterricht und Lehre zu vermitteln. Mein Name ist Simone Adams und ich bin Mediendidaktikerin an der Universität Graz. Mein Name ist Martin Ebner, Bildungsinformatiker an der Technischen Universität Graz und seit vielen Jahren hier verantwortlich für den Einsatz von Lehr- und Lehrtechnologie. Gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen des österreichischen Entwicklungsverbundes Südost für die Pädagoginnenbildung neu sind wir für die Fortsetzung dieses Massive Open Online Course verantwortlich. Zu diesem Entwicklungsverbund gehören die folgenden Institutionen. Die Universität Graz, die Kunstuniversität Graz, die Technische Universität Graz, die Pädagogische Hochschule Steiermark, die Private Pädagogische Hochschule Augustinum, die Pädagogische Hochschule Kärnten, die Universität Klagenfurt und die Pädagogische Hochschule Burgenland. Die Themen des MOOCs kommen, wie beim ersten Teil auch schon, aus den großen Feldern der Medieninformatik und Mediendidaktik, dem Medienrecht, dem Competitional Thinking sowie der Medienwirkungsforschung. Wie beim letzten Mal wird es wöchentlich Videos, Texte und kurze Onlinequizes geben, die für Sie freigeschaltet werden. Da dieser MOOC als primäre Zielgruppe Studierende aus dem Masterstudium Lehramt hat und dort im österreichischen Entwicklungsverbund Südost curricular verankert ist, gehen die Themen etwas mehr in die Tiefe. Dazu präsentieren wir die Inhalte entweder selbst oder haben uns ausgewiesene Expertinnen und Experten vor die Kamera geholt, die einen Einblick in ihre jeweiligen Fachgebiete und in die Praxis geben. Wir haben uns zum Beispiel mit Einsatzszenarien für Formative und Summative E-Assessments beschäftigt und damit, wie man digitale Lernumgebungen gestalten und einsetzen kann. Oder wozu man Konzepte des iterativen Denkens und der Algorithmisierung braucht, auch wenn man keine informatischen Fächer unterrichtet. Und wir werden Themen auch weiter vertiefen, wie zum Beispiel bei den Informationssystemen. Haben wir im ersten MOOC noch über Learning Management Systeme berichtet, geht es nun zusätzlich um E-Assessment Systeme oder Videokonferenzanlagen. Auch wollen wir diesmal einen Ausblick geben, wo die Zukunft des digital gestützten Lern und Lernens hingeht. Und für Sie als Lernstudierende haben wir dann wieder ein Inverse Blended Learning Konzept vorbereitet. Das heißt, dass der MOOC bei Ihnen mit einem Präsenzangebot verknüpft ist, wo insbesondere dann die Übungsanteile absolviert werden. Dazu bekommen Sie dann nähere Auskünfte von den jeweiligen Lehrpersonen an Ihrer Hochschule. Warum ist das nun alles für Sie als angehende Lehrpersonen unabhängig von Ihren Unterrichtsfächern wichtig? Ja, weil eine Ihrer Aufgaben ist, Schülerinnen und Schüler im Zeitalter der Digitalisierung auf ihre Lebenswelt und ihren Berufsalltag vorzubereiten. Und das beginnt bereits in der Schule. Konzepte wie fächerübergreifender und fächerintegrativer Unterricht zeigen, dass informatisches Denken sowie der richtige, aber auch kritische Umgang mit Medien, das Herausbilden einer Medienkompetenz also, zu den neuen Schlüsselqualifikationen gehört. Das geht uns alle an, nicht nur jene, die vielleicht einmal das Fach Informatik unterrichten werden. Und sollten Sie den ersten MOOC zu Lernen und Lehren mit digitalen Medien 1 nicht absolviert haben und dadurch hier und da Verständnisschwierigkeiten haben, empfehlen wir Ihnen, dies nachzuholen. Dieser Onlinekurs steht Ihnen ebenfalls dann auf IMUX zur Verfügung. Wählen Sie dort vielleicht das entsprechende Thema, welches Sie benötigen und absolvieren Sie die Selbstüberprüfungsfragen zur Auffrischung. Dieser MOOC ist dann tatsächlich eben als Aufbaukurs gedacht und auch so konzipiert. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis darauf, wie Sie am besten mit diesem MOOC lernen und wie Sie zu einer Note kommen. Das didaktische Setting basiert auch in diesem Kurs auf einem Mix an Medien und Methoden, den wir Ihnen, wie gesagt, in einem Inverse Blended Learning Konzept bieten. Die Online-Anteile der Lehrveranstaltung Lernen und Lernen mit digitalen Medien 2 sind im MOOC abgebildet. Hier können Sie zeitlich und örtlich flexibel lernen und zur Überprüfung die wöchentlichen Lernzielkontrollen in Form von Quizzes durchführen. Mit den zahlreichen Literaturverweisen wollen wir auch das konnektivistische Lernen anregen. Am Ende des Semesters legen Sie über die Inhalte des MOOCs eine Prüfung ab. Ja, nun obliegt es mir, Ihnen viel Spaß mit den Inhalten des Kurses zu wünschen und natürlich auch viel Erfolg in dieser Lehrveranstaltung. Darüber hinaus wünsche ich Ihnen aber auch Erfolg mit dem Einsatz von Medien in der Lehre, selbst wenn der Weg manchmal nicht einfach ist. Denken Sie immer daran, Medien niemals zum Selbstzweck einzusetzen, sondern dann, wenn Sie bzw. Ihre Schülerinnen und Schüler davon profitieren und einen Nutzen haben. Medien sind Werkzeuge, die helfen sollen, den Unterricht vielleicht didaktisch abwechslungsreicher, anders zu gestalten oder die Zielgruppe mehr zu motivieren. Alles Gute für Ihren Unterricht!